Ach ja, wie schön das ist, wie schön das ist, lalalalalala, ohne End-Zeschen, ohne Anfangs-Zeschen, nein, das ist langweilig, wir gehen auf hart, auf hart und hauen gleich weiter rein. Jo, mal gucken, ob wir schon schlafen können. Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Forest, Durres, Schmorest, Chlorestus, Chlorexus, Phyrexus. Jo, oh, alter Schwede, oh, der hat schon mal schlechte Laune da oben, der muss wieder dringend pinkeln, meine Güte. So, das haben wir hier. Jo, dann würde ich mal sagen, dass wir hier mal so einen kleinen Sammler basteln, für Pimmels, äh, ja, Pimmels, Baumstämme. Wo ist denn das? Da ist er. So, drehen, 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 der Drehwum, der geht rum, lalalala, wupp. Oh, ich hab's mir gedacht, äh, ich hab es mir gedacht. Ja, so, wupp, wupp. Hier mal ein paar Krücken einsammeln, sag ich mal dazu. So friert das schon wieder? Der Kerl ist doch echt schwul. Ehrlich? Das ist ein Hooky, ist das. Nur rasiert. Du rennst jetzt nicht durch die Falle. Äh, nein! Elf und elf und elf und elf und elf macht hundert einundzwanzig. So, sag ich mal. Aua! War was? Hä? Was kommt da an, dass du hier für ein Belästigungskomitee? Hä? Wie? Alter! Was willst du? Hau ab! Geh nach Hause! Ah! Geh! Oh ja, so. Komm her, komm her. Uh, Asche. Ich bin der Zahnarzt Dr. Karius. Ja, wie? Was siehst du denn nun? Hirnverbranntes Miststück. Verpiss dich. Geh nach Hause, du Lappenpappen. Hä? Wie? Wo ist denn der andere hin? Hä? Oh, die Fresse. Was, was, was? Mücken, oder was? Deine Mutter, Alter! Du Kerzen, Penis, du! Du Eichelgesicht. Was willst du, Alter? Passier dich mal! Alter, du nervst. Du störst mich. Das ist Urstörung. Hast du verstanden, oder was? Fotzenklotz, du Räuber. Fotzen, Fotzenklotz. Danke für deine Zähne. Wunderbar. Ich schmeiß dich gleich auf den Grill. So. Leg die erstmal hin hier. Und halt die Fresse. So. Oh, Cola. Cola, Cola. Ha! Guck mal. Guck mal. So. Oh, oh. Da kommt jemand. Oh, 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 oh. Ja, hier. Hier, hier, hier. Hier bin ich. Komm. Ja, komm her. Komm her. Hier, woher. Ich schritze Initialien, deine Fresse. Komm. Bingo, so. Na, noch ein Problem? Schlitzbisser? Hm? Du dreckiger Analritter. Hm? Komm her. Ja, hol doch. Bleib mal schön liegen da. Hm? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Muss doch kein Ding abrüpsen. Hä? Schlampen-Fino. Hab mal schön einen Rüssel, du. Wo stopfe ich ihn dir? Hä? Ah, geht doch. So. Ein Stock, zwei Stock, drei Stock. Vier Stock. Nee. Oh. Zubel. Bingo Lutzki. Mitnehmen. To go. Yeah. Donner Lutzki. So. Ab nach Hause ohne Pause. 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 Wunderbar. Was geht? So. Sixteen. Davon haben wir jetzt. Welche? So. Bingo Lutzki. Dann stellen wir gleich mal hier mal ein kleines Feuerchen drin. Ach, das machen wir gleich wieder in der nächsten Folge. Diese Tröten-Söhne, würde ich gerade sagen. So. Jetzt brauchen wir noch vier Äster. Ja, da können wir euch selber verraten. Hier, Schlampanus. Dreikigus. Vixus. Klamostus. Hopp. Hopp. Wunderbar. Der stöhnt wieder sich an vor sich hin. So. Bingo. Donner. Schädel. Mittel. Hopp. So. Einen noch. Hopp. Hopp. Super. Super. So. Nachhause ohne Pause. Nachhause ohne Pause. Der Kerl muss sich holen. Der ist... Ja. Little, little lit. Schaden. Yeah. So. Wunderbar. Goodie doogie. Dann gehen wir wieder zurück. Erstmal schlafen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Also dran beiden. Bis gleich. Bis gleich. Guckt euch mal die schwule Sau an. Total blutrohverschmiert. Lange keine Tampons mehr benutzt. Aber das geht mit mir jetzt wieder. Das Arschgesicht, du. Darüber lachen die Jüder. Ja. Ja.